Die nächste Reihe von Lochen wird diesel-diesel! Diesel-diesel! Ja, es wird direkt Floating Finish gefahren. Es wird direkt Floating Finish gefahren. Jeder Traktor hat einen Pull. 55,87. Die Versuche der erste. Das bedeutet, es gibt erstmal einen riesen Applaus für die Jungs aus der Nähe von Lochem. So wie draus aus Andorold, welch dem Straffel läuft, ganz stark und elixier. Wahnsinn. Unser Gast aus Frankreich. Die 93,80 Meter Marke. 86,40 Meter. Für den ersten. Kann er die neue Bestweite einfahren? Kann Silber Bullitt vorbeigehen? An diese Diesel. Wolle in 3. Boah, das gibt's doch gar nicht. Das ist auch schon worden. Das gibt's doch gar nicht. Da geht er so gut los, der Silber Bullitt. Und erstrandet er hier bei der 30 Meter Marke. Heieieiei. Das war's. Ja. Wow. Die Bundesk Toronto! Das war's. Ja. Da geht's. Unglaublich! 101! 101 Meter und 5! Neue Bestweite für den Liga! Aus dem 101 Meter und 5! Es wird gefeuert! 200.000 PS, Liter 0 Treibstoff, 80 km Raddrehzahl! Die Franzosen greifen an! Der Froggy! Der Froggy! Der Froggy! Der Froggy! Der Froggy! Junge, 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 Junge! Er holt alles raus aus dem Froggy! Er lässt die Flammen tanzen! Die Franzosen! 84-01! 84 Giftzwerg Extrem hohe Motortrittsauber Giftzwerg Und da parkt er ihn bei der 80 Meter Marke Er scheint etwas gepumpt begangen zu sein War ein Giftzwerg Was für ein geiler Motor Es gibt kein Zurück Die Koffer sind gepackt Für ein neues Glück Die Zeit ist da Alle Sorgen vorbei Auch ein neues Jahr Wunder des Zusammens Wir lassen heute die Erde wehen Das ist der erste Wunsch Ja, der er ist und die Eindhoven Die Eindhoven Die Eindhoven Das ist der erste Wunsch Wir lassen uns Fuuuui! Fuuuui! Niederländerinnen, hier ebenfalls ins Finale. In diesem Jahr ist der Blue Hazard richtig, richtig gut unterwegs in der Meisterschaft, hier auch in der Euro-Stadt-Wertion. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los heute? Da geht der, der Blue Hazard. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ja! Finde das! Und dann kommt ihr noch mal die Wahl in der Unter. Und dann sag ich noch mal, die Wahlerschaft sind hier... Ist das geil! Ist das geil, ihr liebes Publikum! Das ist Traktopulli! Das ist Türkling dabei! Und es wird auch hier wieder gefeuert an der Strecke! Der Wahnsinn! Der deutsche Großsturm Klub Wendelin! Kämpft um jede Meter! 85 Meter! Vier Traktoren im Finale! Dann noch Sieger hier rum! Dann, die meine Brothers, hier heute den Eurocup einfahren! Oder ist es am Ende doch schon wir zwei oder Greenberg hinten? Das ist der erste Startup-Finale! Eine gezogen in der Reite! Und weiterhin massiver Bahndienst hier! Es wird viel mehr Erde bewegt! Und weiterhin massiver Bahndienst hier! Es wird viel mehr Erde bewegt! Die Magic! Er kommt nicht dran! Er kommt nicht dran an die Bestbreite von den Brando Buzzer! Finale Geschichte! Ich will Johnny zurück! Ich will die John Deere Fans hören! Der Top-Favorit! Der Top-Favorit! Der Top-Favorit! Den Top-Favorit! Der Top-Favorit! Der Top-Favorit! Der Case-Boomer wird noch mal gefordert, kommt aber an die Sondierin-Gran. Er standet bei 86,57. Untertitelung des ZDF, 2020